So! Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir müssen mal wieder Windeln wegbringen. Guckt euch doch mal diese schöne Schneelandschaft an hinter einem. Eine Seite. Andere Seite. Das sind Dinge, die ich nicht verstehe. Hier haben immer die Autos gestanden und immer wenn du woanders gestanden hast, hieß es, stellen sie sich doch bitte da an den Rand, so wie alle anderen. Dann kommt eine Firma und macht hier lauter Kübel hin, damit sich da keiner mehr hinstellt. Keine Parkplätze mehr, keine Autos mehr, keine Anwohner. Wir werden hier vertrieben. Hätten sie wenigstens Blumenkübel hingestellt mit Erde rein, damit man da mal was pflanzen kann, dass da wie eine schöne Allee entsteht. Das wäre richtig cool gewesen. Nee, die haben es mit Beton aufgefüllt, dass das jetzt bombenfest ist, nie wieder weg geht gefühlt. Und da einfach keine Bäume und keine Pflanzen reinkommen und das halt einfach nur schäbig und leer aussieht. Was nicht schäbig und leer ist, weil es schäbig und voll ist, ist meistens hier diese Tonne. Deswegen schmeißen wir das jetzt rein. Fahren in die Stadt. Denn gestern kam Regirahm in die Raids. Da haben wir einen Community Raid gemacht. Mega-Sherox ist aber auch in die Raids gekommen. Da muss ich noch eins mega entwickeln auf dem Habanero-Account. Haben wir jetzt schon gestern auch ein schönes, fettes, großes rüber getauscht. Auf Level 40 und mehr. IV sind egal. Dann werde ich einfach heute ein Mega-Raid machen und eins entwickeln. Ich hoffe, die Energie reicht dann auch aus. Außerdem müssen wir zur Hauptkaserne, was wieder da bei diesem Justizgericht ist, wo letztens die Polizei ihn angesprochen hat am Wochenende. Und was ist heute? Drückt mir die Daumen, wünscht mir Glück. Wir sehen uns beim Mega-Sherox-Raid. So, wir stehen jetzt wieder hier vorm Gebäude X, was man nicht filmen darf. Obwohl, beim letzten Mal waren wir ja da hinten durch. Und da ist wohl das ganz schlimme Gebäude. Und hier vorne ist eigentlich noch nie was passiert. Gleichzeitig habe ich jetzt hier diesen Shiny Hodensack gefangen. Der saß nämlich auch hier rum. Wir können ja mal flüchten. Da seht ihr nämlich. Zack. Da sitzt der Shiny Hodensack direkt hier. Der hat mich angelockt. So haben sie es nämlich gemacht. Die tun den Hodensack hin. Locken die Spieler an. Und dann kommt die Polizei. Ich muss jetzt kurz noch die Leute mir aufschreiben, die wir gleich einladen müssen zum Raid. Dann können wir ja gleich in der Lobby nochmal über Mega-Sherox reden. Ich habe nämlich jetzt glaube ich auch keine Infografik. Wie immer bei den Mega-Raids. Nur bei den legendären. Sonst versuche ich den Hodensack einzutüten. Leute aufzuschreiben, einzuladen. Und dann Mega-Sherox noch entwickeln für den neuen Eintrag. Und das Ding können wir eigentlich direkt verschicken. Aber egal. Wir machen gerade wieder Team-Quests. Ich muss noch Feuer-Pokémon fangen im Team. Dann müsste ich mit der letzten Seite auch fertig sein. So. Da sind wir zurück. Und guckt euch doch mal die schöne Kulisse an. Wenn ihr uns das auch vorstellen könnt. Hättet ihr da hier so eine Allee gehabt. Als Flucht. Also sieht eigentlich beides gut aus. Und hier hat man vor allem immer seine Ruhe am Wochenende. Außer man wird besucht. So. Was haben wir jetzt hier. Ich habe extra noch keinen Pokestop gedreht. Das müsste der erste Pokestop des Tages sein. Und da ist auch wieder eine Gratis-Brotmaschine drin. Für mich. Dank dem Ticket von Gelber Deadpool. Dankeschön dafür. Da will ich ganz kurz mal in Telegram gucken. Wer sich eingetragen hat für den Raid. Wir haben ab ins Tierheim. Johannes 07. X I'm on Fire. Matze Nottland. J Level 50. Cheffe. Creeper. Schnibitzer. Stefan. Andres. Die haben sich eingetragen. Die muss ich einladen. Halb geht's los. Es ist 29. Scherox. Mega Scherox. Ist Käfer. Ist Stahl. Das heißt ihr nehmt Feuer. Feuer gegen Stahl. Feuer gegen Käfer. Dann müsste das richtig gut machbar sein. Mit auch viel wenigen Leuten und so. Mit wenigen Leuten. Nicht mit viel wenigen. Wir gehen jetzt mal rein. Ihr seht ja auch immer schon was es euch vorschlägt. Das ist eigentlich in letzter Zeit gut gemacht. Kann man nicht meckern. Am Anfang hat das, also früher hat das euch irgendwas vorgeschlagen. Mittlerweile stellt das schon sinnvolle Sachen zusammen. Sinnvolle Teams. Bei mir ist hier 5 mal Flampivian drin. Weil das eigentlich mein Feuerangreifer ist. Ich wollte eigentlich irgendwas was Feuer hat. Und das dann gleich 6 mal. Damit ich gar nicht groß überlegen muss. Sondern dann ein Team habe von 6 mal dem gleichen Pokémon. Es hat sich jetzt ein Hundemon vorne mit reingeschlichen. Das ist nicht schlimm. Ich müsste ja eh für die eine Aufgabe wieder 6 verschiedene Pokémon nehmen. In meinem Team. Damit ich da weiter komme. Ich muss nur bei jedem Raid mich immer daran erinnern. Dass ich nicht einfach kämpfe mit dem was da ist. Oder mit dem was ich möchte. Sondern dass ich auch ein paar Gurken mit rein nehme. So jetzt haben wir hier die restlichen 4. Die schmeißen wir noch rein. Jetzt gucken wir mal ob wir unser Team irgendwie angleichen können. Wir können ja trotzdem mal Feuer eingeben. Dann können wir hier noch den Hannes mitnehmen. Genau. Das Gelabra. Die sind glaube ich alle auf Geist umgemünzt. Das Klura können wir einpacken. Das hat Frustration. Das Regirahm hat Hitzekoller. Das ist von gestern. Dann das Lowcock. Das Lowcock mit Lowekanonade nehmen wir noch mit und kommen. Weil Regirahm frisch da ist. Und der Bruder nehmen wir den auch noch mit hinten rein. Jetzt habe ich 6 verschiedene Pokémon in meinem Team. Und damit zählt die Aufgabe dann weiter. Es sind 13 Leute. Grüße auch an den Rest der da ist. Der die Aufgaben immer mit macht. Auch da bei der 4. Seite von der Teamforschungs-Quest. Muss man ja Feuer-Pokémon fangen. Damit man dann das Lava-Doss T-Shirt bekommt. Ich habe momentan das Blitzer-T-Shirt an. Im Game. Wie man sieht. Passt natürlich zu Gelb. Wir hauen jetzt hier drauf. Gucken dann mal. Da saß gerade ein Wulpix. Das hat auf jeden Fall für die Quest gezählt. Jetzt bei diesem Kando-Event, was angekündigt wurde. Wird ja auch vermehrt Wulpix rumsitzen. Das ist natürlich gut. Da kann man schön die Aufgabe fertig machen. Ansonsten weiß ich nicht, was jetzt gerade hier für Feuer-Pokémon rumsitzen. Das iPhone ist so mies. Das liegt so gut in der Hand. Du kannst das nehmen und machen hier. Wenn du da rüber willst auf den Knopf. Das ist so glatt. Das ist viel breiter. Das rutscht so durch die Gegend. Das ist echt eine Qual damit zu spielen. Gleichzeitig. Das ist schön. Das ist mein Haupt-Handy. Da ist eine SIM-Karte drin. Das mache ich immer. Ich gebe mir hier auf den immer aber Hotspot. Weil ich mit dem die Bildschirmaufnahmen machen möchte. Weil das flüssiger ist trotzdem. Aber irgendwie ist das alles nicht perfekt. Es wäre schön, wenn alles mit einem ist. Ist es nicht. Ich lasse mal hier die Belohnungen durchlaufen. Guck kurz hier. 16,65 auf dem Nudel-Account. Ich muss mal kurz Pupsi fragen, was die hat. Wie viel hat Deins? 16,63 bei Pupsi. Kein. Shiny. Die hat es gut. Die sitzt im warmen Auto. 250 Mega-Energie. 16,72. Jetzt habe ich doch schon wieder vergessen, was das andere hatte. Aber wir versuchen es mal einzutüten. Ich kann ja nochmal nachgucken. 72,65. Müsste jetzt das höchste sein. Es hat einen knüppelroten Kreis. Es ist ja auch knüppelrot. Als Shiny ist das grün. Das sieht gut aus. Ich habe, glaube ich, sogar einen Sicherner Shiny letztens geklickert. Aber das hat ja ein schlechtes Level. Deswegen habe ich mir extra einen Cherox mit gutem Level einfach rübergetauscht. Bei einem kleinen Account, den ich eh nicht mehr brauche. Da kann ich ja jetzt alles ausgeben. Ja, das hat zwei Sterne. 250. Wir gehen aber jetzt direkt hier rüber. Wir suchen uns das fette Cherox. Ihr seht ja den Unterschied. 1600. Und hier schon 3046. Das werden wir jetzt mega entwickeln, so dass ich keinen Staub ausgeben muss. Nichts pushen muss. So dass das gleich fett und groß ist. Nützlich. Vielleicht mal für den Kampf. Oder zumindest dann, um was zu pushen. Das ist der Mega Cherox Eintrag. Perfekt. Das war es für mich auch. Wahrscheinlich mit Mega Cherox. Ich weiß immer noch nicht. Soll ich jetzt die nächsten Tage Regieram machen, weil es ein guter Feuerangreifer ist mit meinen Daily Paisen. Soll ich Mega Cherox machen, um Energie zu sammeln, damit ich das öfters entwickeln kann, um die Medaille zu pushen für die Mega-Entwicklungen. Oder soll ich einfach kleine Raids machen, Einer und Dreier, um die Trainer-Hoffnungs-Medaille zu pushen. Ich bin mir so unschlüssig. Ich glaube, ich muss noch mal eine Umfrage starten. Die meisten würden sich über Regieram freuen, wenn ich meinen täglichen Raid in der Raid-Gruppe als Regieram poste. Da machen sicherlich mehr mit, als wenn ich jetzt hier Einer und Dreier poste. Da gibt es halt keine Interaktion. Schreibt mal rein, wie es bei euch aussieht. Habt ihr Bock? Was macht ihr so die nächsten Tage? Regieram? Wahrscheinlich. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.